Jo, moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag und wir machen heute weiter mit der Mission Wir sollen Pulverfässer immer noch stillen Wir sind immer noch mitten in der Pulververschwörung Ja, vielleicht die letzte Folge hier auf der Playstation 4 mit mir, Jeff Gaming Ich freue mich, dass ihr dabei seid Und, äh, ja, war schon Aber was heute hinkriegen Also, wie gesagt, heute versuchen wir uns immer noch mit den komischen Wachen diese Attentatsserie da hinzukriegen Das wäre natürlich total toll, wenn das klappen würde Wenn, dann ist es auch einfach so, dann kann ich es nicht ändern Aber, naja In der letzten Folge haben wir uns die ersten zwei Fässer geholt Da haben wir uns mit zahlreichen Feindrücken Füße sogar zweimal verreckt, aber da du gut, dann ist das halt einfach so Ähm, solange man eine Mission jetzt nicht unbedingt 100 Mal, äh, Feind schlägt Wie zum Beispiel die Aktion da mit dem Capitano Den ich ja dann am Ende doch noch gekriegt hab, Gott sei Dank Ähm, dann mal Komm her, komm her Komm her Trau dich Äh, okay So Ich nehme meine Mission, äh, Munition mit Kurze Dollar, jawoll Wir haben so viel Geld an Aber da vorne sind die Dinger Warte, den lasse ich jetzt gerade mal ein bisschen in Ruhe Vorher sind sie irgendwo kräftig am Ballern Vielleicht brauchen wir diese paar Warte, wie viele stehen irgendwo rum Ähm Okay, okay, okay Übertreibt's Und da steht auch nochmal zwei Ich versuche es jetzt mal hinzukriegen, ob die Flüchtlinge viel Ja, komm her Ja, komm, 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 komm Komm, mein Freund Seht das als Attentat? Alter, wie viel haben die hier Wie viel haben die hier hingesetzt? Alter Äh, äh, okay Warte mal Den muss ich doch irgendwie hinkriegen Der hört mich wahrscheinlich nicht, ne? Der wird mich nicht hören, ne? Ich komme an dem aber nicht vorbei Ohne den anderen dahin zu Alle mir, wie gesagt Weil hier alleine noch mal vier Stück stehen Bis seitdem Warte mal Gute Nacht Das war vielleicht die Idee Jetzt versuche ich den noch zu holen Der wird jetzt gleich wieder aufwachen hier Das soll er mal ruhig Dann kann ich den vielleicht noch holen Und dann hätte ich vielleicht sogar die Aufgabe fertig Dann hätte ich die zu 100% Ja, diese Option neun Ziele Muss ich nicht unbedingt machen Wäre natürlich toll, wenn es klappen würde Ja, komm her Ja, komm her Ich bin hinter dir Jetzt bist du da Habe ich die jetzt? Ehrlich? Ich zieh dich? Warum zieh dich nicht? Es sind vier Wachen mit der Nasen Oh, da muss ich vier auf einmal machen Naja, dann halt nicht Die sind alle abgelenkt, die Jungs So, dann haben wir das auch Aufweg So Und jetzt muss ich gucken Wie kriege ich es hin So, ich lasse mal jetzt ein bisschen die außen vor Jetzt hier alle Darf ich da nicht hoch? Nein, ich gucke Okay So, jetzt muss ich gerade gucken Wo muss ich da hinten lang? Also ich kann jetzt versuchen Die alle mal in Ruhe zu lassen Da Ich muss mich ja nicht jetzt mit jedem anlegen Ich meine Ich bin zwar immer gerne dafür zu haben Für solche Aktionen Aber manchmal ist das eher kontraproduktiv Aber warum zählt das nicht? Ich habe jetzt vier Zählt die echt nicht? Ich habe jetzt vier Okay, die sind schon hier Die Dinger zu können Gut Ich habe es gedacht Ich habe jetzt gedacht Ich habe jetzt die jetzt ohne Probleme da zählen Wie komme ich da jetzt hin? Wo das die Zweeder alarmiert sind Also zählt tatsächlich nicht Sich im Grad zu verstecken Und rum zu pfeifen Why not? Tschüss Es sieht das? Oder Warte mal Oder nimm die erst Warte mal Ich kann euch doch hier anheuern Jetzt geh mal drauf Die legen sich jetzt mit denen an Und lass mich jetzt gerade Mehr oder weniger mal ein bisschen in Ruhe Ich hoffe, ich mache manchmal Komm jetzt raus Das ist die Nummer So Warte mal Ich muss mal gucken Dass ich wirklich irgendwo in dem Feld bin Ne, ne Euch will ich gar nicht in Ruhe Euch will ich ein bisschen in Ruhe lassen Gerade Ich muss mal gucken Dass ich hier gerade irgendwo Bei dem Gestrüpp verstecke Ich sehe aber nichts Gerade wo ich mich verstecken kann Vielleicht Ich habe ja die Fässer gestohlen Eigentlich bin ich hier raus Das ist der Nummer Oder Habe ich jetzt jetzt falsch verstanden? Ich habe die nicht geholt Jetzt gerade Oder sind das jetzt noch mehr Doch mal welche Weil ich habe ja welche jetzt geklaut Okay Doch ich habe jetzt tatsächlich mal Äh Noch welche geholt Dann kann ich mit dir quatschen Mich mal nebenbei Ein bisschen Auflagen Kurz Das war jetzt keine Art Ich kann doch gucken Dass ich euch hier nochmal Kaufen Munition Schwere Kugel brauche ich nicht Freut sich Ach nicht Das ist das Schiff Okay Das ist der Hafenmeister Eigentlich wollte ich für mich Jetzt ein bisschen was holen Und nicht für ein Schiff Komm mal mit Und die greift mal die Jungs an So während ihr euch jetzt da natürlich ein bisschen mit den Feinden anlegt Lass mich belässt ich die euch mal jetzt gerade ein bisschen machen So So und jetzt habe ich so damit ihr nicht noch mal weiter damit dann auch alarm gut wir lassen wir jetzt gerade schön ich mach mich mal raus aus der nummer und hol mir mal kurz eben die fächer von denen ich wollte dass ich die dinge nicht zu viel habe ich habe doch eigentlich jetzt gerade mehr oder weniger was die vier waren nicht geholt die habe ich nicht gemacht wundern mich warum ich habe sie doch gemacht ich habe keine vier stück geholt ich bin ja vom dach jetzt gesprungen ich habe mal nicht beziehungsweise 3 naja egal auf jeden fall aber die mission erledigt ist aber schon flieger typ ich würde die nächste mission gerne auf der neuen konsole dann machen ich habe gar nichts gemacht hat er sollte ich jetzt toll dass wir mich jetzt wissen wo ich bin jetzt bin ich natürlich wieder auf der suche vorgesucht kommen wir jetzt hier mit einem scheiß kurier wie gesagt ich will gerne noch mal machen ich will auch ich will zumindest gerne noch mal ein kurier fangen jetzt ich will jetzt da oben ich habe nicht verliert jetzt ein bisschen zeit ich habe ich ihn so kurier haben wir geschafft und damit sind wir durch mit der mission sogar schon der pulververschwörung und diese mission liebe leute gehen wir vielleicht vielleicht auf der neuen konsole an auf der ps5 und ich freue mich wenn ihr wieder dabei seid morgen zwölf bis dahin tschüss okay